Ja, das wird eine VA für den René und den Stefan123321. Stefan, ich weiß nicht, um welchen René es geht. Ich weiß nicht, ob er einen Kanal besitzt. Wenn er so etwas hat, bitte mir mal den Link zukommen lassen. Dann verlinke ich natürlich den Kanal vom René auch. Aber ich bin zu dieser VA gekommen, weil ich ein Video von Stefan gesehen habe. Es geht heute um das Thema, wie ihr schon den Titel entnehmen könnt. Und einmal Opinel, wir müssen reden, aber auch Messer, die vielleicht ihre Schwächen haben und trotzdem bei mir immer wieder in der Rotation landen, weil sie eben vielleicht eine emotionale Bindung haben oder eben auch ihre haptischen Stärken oder Klingenstähle, die mir gefallen oder, oder, oder. Aber wir beginnen heute mal mit eines der Messer, die mich am meisten zwiespalten. Das ist das Thema Opinel. An der Stelle kommen wir ganz kurz dazu, was mag ich an Opinel-Messern. Also ganz speziell jetzt an der Carbon-Variante. Einmal dieser Stahl, der wird rattenscharf beim Opinel. Also auch super easy, gerade diese Carbon-Variante. Ich habe auch noch hier eine andere Variante, wo ich sie... Und zwar, das ist die Enox-Variante hier, so ein Deluxe-Variante ist das hier. Opinel Deluxe heißen die hier, wunderschöne Messer. Aber um das geht es heute nicht. Die hätten vielleicht nicht diese Schwächen mit dem Stahl, aber nichtsdestotrotz kommen wir kurz hier dazu. Was mag ich an dem Messer? Stahl, habe ich gesagt. Ich finde den Stempelungen einfach klasse hier. Das wirkt sehr hochwertig. Wir haben einen angeschärften Messerrücken. Die Klingenform und die ganze Messerform spricht mich an. Das finde ich auch toll an Opinel. Sehr gefällige Klingenform. Das heißt auch, sehr praktisch finde ich sie. Zum Nachschleifen bin ich schon gekommen. Super easy. Das nimmt super schnell die Schärfe an. Und es bleibt auch angenehm scharf zum Griff. Ein bisschen verunstaltet. Das Lob ist von mir. So etwas würde ich nie wieder machen. So ein Mod. Trotzdem, der Griff, der liegt satt, warm und einfach sicher in der Hand. Ich fühle mich einfach wohl mit diesem Opinel-Griff. Das ist ein Opinel Nummer 8. Ja, steht nicht mehr drauf. Doch, irgendwo. Ja, ne? 9. Ach, gut, dass wir drüber gucken. Das ist ein 9er, Entschuldigung. Ein Opinel Nummer 9 ist das hier. Liegt mir sehr gut in der Hand, wirklich. Ich kann bei Opinel nicht sagen, bei den Griffen, das ist einfach toll hier mit dem Buchenholz. Das ist einfach genial gelöst. Man kann das schön pflegen. Ich habe es mal wieder nachgeschliffen. Deswegen fehlt jetzt hier auch jegliche Beschriftung. Dann wieder Ölen. Also, das macht schon Spaß, sich damit zu beschäftigen, mit dem Thema Opinel. Aber es hat auch gewisse Schwächen. Und zwar, die erste große Schwäche, das ist, ich will nicht sagen der Stahl, aber ihr seht hier die Rossbots. Das ist der Stahl im Zusammenhang mit einem Holzgriff. Weil ich habe das Problem, das ist ein tolles Foodprep-Messer, weil es geht einfach durch wie ein Laserschwert durch sämtliche Food-Geschichten. Einfach klasse, aber danach möchte man es vielleicht auch mal abwaschen. Und wenn man den Griff mit abwäscht, dann saugt er sich voll mit Wasser. Und dann kann man die Klinge noch so toll trocken reiben, wie man möchte, wenn man es hier einklappt und lässt es dann da drin im Heft, dann kriegt es Rossbots. Und das ist ein Riesen-Nachteil. Dieses Thema Holz mit Carbon, das verträgt sich in meinen Augen nicht wirklich gut. Ich habe Carbon-Messer, da verträgt es sich besser. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und von da ab, das ist so eine Schwäche eigentlich der größte Punkt. Auch das Thema Quillen immer wieder. Das habe ich jetzt gestern abgewaschen. Das läuft immer noch super schwer. Das Messer, der quillt einfach auf. Und ich hatte auch schon mal Tage, da habe ich es gar nicht mehr auf- oder zubekommen nachher, weil der Griff einfach quillt. Das hat man auch bei der Inox-Variante übrigens. Dann dieses Verschlusssystem hier. Zum einen kann man das ja, wenn es zugeklappt ist, hier verriegeln. Aber guckt mal Leute, wenn ich das Tipp ab in der Hosentasche habe und greife rein, um das zu suchen, kann man sich gar nicht ausmalen. Das ist super scharf. Das ist super spitz, was da passiert. Also so richtig toll ist das hier auch nicht gelöst. Dazu kommt das, dass das hier gelegentlich nochmal klappert, das Ding. Ich habe es jetzt wieder mal ein bisschen festgedrückt, aber es wird wieder klappern. Da bin ich mir sicher. Im offenen Zustand ist das so, man kann hier diesen rumschieben. Wenn man ihn übrigens in die falsche Richtung schiebt und arbeitet damit, dann hat man ihn irgendwann bei einem Arbeiten wieder so weit, dass der nicht mehr wirklich sicher ist. Deswegen muss ich ihn immer mit dem Daumen in diese Richtung schieben als Rechtshänder, damit ich, wenn ich hier Druck aufbaue, immer gegen diesen Lock arbeite und er quasi noch fester wird. Weil er hat eben auch das Problem, so wie er ein bisschen Spiel bekommt, und dann bekommt er immer mehr Spiel und immer mehr Spiel und immer mehr Spiel. Und dann geht das hier über die Rampen und irgendwann kann es zuklappen. Also auch Locktechnisch ist das hier nicht gerade die beste Variante, muss ich sagen. Und ihr merkt schon, das Ding, das ist nicht optimal. Was will man sagen, für diesen Preis bekommt man ein Messer, was funktioniert. Und ein Messer, was man geschärft bekommt. Und ein Messer, was vernünftig schneidet. Also von da ab fragt man mich, Opinel ja oder nein. Ja, klar, für den Preis kaufen. Kaufen, mitnehmen, mit den Schwächen leben und gut. Jetzt hier einen Rost wieder runterkriege, keine Ahnung, das ist echt schwierig. Der hängt hier in der Klingenwurzel, vielleicht lasse ich es auch so und fertig ist. Bei dem Preis, ja, dann rostet es eben. Ist so. Tut mir leid, dass ich nichts anderes sagen kann zum Thema Opinel. Was haben wir noch da? Ich habe hier ein Nieto-Messer. Das Nieto-Messer, da kommen wir erstmal zu den Nachteilen. Wenn ich das wasche, das neigt dazu unheimlich schnell, dass der Griff aufquillt. Auch das hier ist ein tolles Food-Prep-Messer, so ein Vespa-Messer zum Mitnehmen. Echt toll, 42a-konform. Ich finde es sehr schön praktisch hier den Hohlschliff. Das wird dann sehr schneidfreudig hier. Nimmt auch Schärfe ganz gut an. Was haben wir für einen Stahl? An 58. Ja, aber es wird eben sehr hässlich. Man sieht es hier ganz leicht. Diese Kerbe, die wird eben noch größer, so wie das mit Wasser in Berührung kommt. Und das wirbt sich so richtig raus und wird dann echt unschick, wo es sehr schick ist. Und ich habe zu diesem Messer eine Bindung, weil ich das mal im Giveaway vom Andi 1868, 70, keine Ahnung. Ihr wisst schon, dieser Andi, der mit den Messern, der so beliebt ist, weil ich das von dem bekommen habe. Und lieber Andi, ja, das ist eine Herzensangelegenheit, dass so ein Messer mich natürlich nicht mehr verlässt. Dankeschön nochmal. Klasse Messer. Ich mag das von der Haptik auch total. Ich benutze es unheimlich gerne zum Foodprep. Genau wie das Opinel. Da habe ich das Problem nicht mit dem Roster, quillt eben nur der Griff. Ist eine Schwäche. Mit dem Gen10-Griff hätte man das nicht. Aber dann verliert es auch seinen Charme. Und diese wunderschöne Maserung hier, wenn ich da jetzt ein schwarzes Gen10 draufknallen würde, ist was ganz anderes. Dann kommen wir nochmal dazu, das hatte ich erst letztens in der Kamera, das Ed Mahoney Legal 42. Für mich eins der besten Messer überhaupt, so zum Arbeiten, Haus und Hof. Nicht unbedingt als EDC, da wäre es mir schon eine ganze Ecke zu groß, wenn man dagegen mal jetzt so ein Victorinox zum Vergleich drüber legt. Ja, da seht ihr, das ist schon nochmal eine ganze Ecke größer hier, das Messer. Jetzt liegen sie beide bündig. Daher ist das für mich jetzt nicht ein EDC-Messer, aber durch die Größe eben wunderbar geeignet, um zu arbeiten. Und weil ich das so mag zum Arbeiten, bin ich auch bereit zu modifizieren. Ich habe hier den Liner bearbeitet, ja, weil er hat gar nicht richtig gerastet. Ich habe hier mal die Klingenschraube ausgetauscht, hier sind schon neue Griffschalen drauf. Ja, einfach klasse Ding. Ich mag das mit dem Hohlschliff hier komplett, total meine ich, super Sache, schneidet gut, es wird schön scharf, es hält die Schärfe. Ich meine, ein 440C Stahl müsste da drauf sein, wo das jetzt auch gemarkt ist, weiß nicht, aber ich habe es im Kopf. 440C Stahl ist das, klasse Ding, ja, kann man nichts mit falsch machen, kostet auch, ich meine, unter 30 Euro, könnte auch mittlerweile leicht über 30 liegen. Aber es ist für mich immer noch ein tolles Messer, daher modifiziere ich auch dann rum, weil ich es eben mag, ja, das ist eben so der Unterschied. Ansonsten mag ich nichts an Messern zu verändern. Dann kommt noch ein Messer von Böker hier, das hatte ich letztes Jahr aus dem Adventskalender, wer sich an diese Reihe erinnern kann. Ja, das größte Ding an diesem Messer ist, man kann ja hier diese Klinge austauschen. Ja, man sieht, dass hier ist dieser Durchbruch, den kann man jetzt, das mache ich jetzt nicht, quasi durch die Achsschraube durchführen. Ja, wenn man das hier hinten aufdrückt und dann so einen gewissen Punkt hat, kann man quasi die Klinge entnehmen und die schwarze Klinge reinsetzen, ohne dass man sie zerlegen muss. Man denkt, das ist eine tolle Erfindung, das ist ein Rotz, deswegen mache ich es jetzt auch nicht, weil es hat ewig gedauert, bis ich das Messer so eingestellt habe, dass das nicht hakt. Weil normalerweise ist das so, wenn ich das aufklappe, ja, dann verkantet sich das hier irgendwo durch die ganzen Durchbrüche und alles, was hier drin ist, also gerade durch das Ding da. Es verkantet sich irgendwo, es geht nicht, nee, das ist das gar nicht, das ist hier drin, da seht ihr das, da, Entschuldigung, da seht ihr quasi die, die Klinge ist nicht geschlossen, hier die Klingenwurzel. Hier zum Beispiel ist sie geschlossen, ja, das ist komplett durchgehendes Metall und hier kann man quasi auf die Ack-Schraube gucken, seht ihr das Dunkle, das ist die Ack-Schraube. Und genau das ist auch so das Ding, wo das immer wieder irgendwo verkantet hier und das läuft einfach beschissen, das Messer, ja. Aber es ist eben so einzigartig, es kommt aus diesem Adventskalender, das kann man gar nicht so kaufen, das Messer. Von daher ist es eben auch was Besonderes für mich und, ja, würde meine Sammlung auch nicht mehr verlassen. Übrigens so, wenn es erstmal geöffnet ist, ist das ein tolles Messer, es hat eine tolle Handlage, es hat eine tolle Klingel, es ist schön fein ausgeschliffen. Man kann das Ding verwenden. Ich mag auch gerade die Seite der Griffschale wunderschön, das Holz und man kann da hier rumbasteln, G10 drauf machen, die Bolster ändern in Metallfarben, also Edelstahlbolster drauf. Man kann die Klinge wechseln, also da ging ja so einiges, aber das ist jetzt erstmal mein Setup, was ich so hatte. Aber im Grunde genommen arbeite ich damit auch nicht mehr viel, das ist eigentlich mehr so Zusammlung. Dann habe ich noch ein ganz günstiges Messer hier, ja, das ist von Paljaris, tolle Messermarke finde ich, günstige Messer mit Kohlenstoffstählen und so weiter. Ist eben wirklich günstig gemacht, das ist hier ein Friction Folder, das heißt, da ist auch keine Feder oder sonst was. Das hat hier einen balligen Anschliff drauf, das Ding, das ist rattenscharf, auch ein wunderschönes Vespermesser. Allerdings durch den Friction Folder, der nicht wirklich viel hält, auch eine gewisse Gefahr, gerade beim Brotschmieren oder so. Wenn man hier mit Butter schmiert, dass man abrutscht und das Messer zuklappt. Die Gefahr hat man bei dem Messer von da ab, auch weit, weit weg von der Perfektion. Hier ein Riesenvorteil, der Klingenstahl eben, dass der super scharf wird. Durch den Kunststoffgriff habe ich jetzt auch nicht das Problem, wie ich es beim Opinel habe. Da kriegt man die Feuchtigkeit rausgeschüttelt, kann die Klinge trocknen und quasi wieder einklappen und es passiert nichts. Klar, man sieht hier, da wollte es mal rosten, da sieht man das noch besser auf der Seite. Das ist genau die Stelle, ich halte mal den Fingernagel drauf, wo es zugeht. Dann hat man hier eben, dass die Feuchtigkeit noch so ein bisschen rausquillt und dann rostet es, macht aber nichts. Man schmeckt das auch nicht, also bei dem Paljaris Stahl, ich weiß nicht, was die verwenden, irgendwer hat es mir mal in die Kommentare geschrieben. Ich habe schon wieder vergessen, er schmeckt nicht nach Metall. Für alle, die immer sagen, es schmeckt nach Metall, nein, dieser Paljaris Stahl, der schmeckt nicht nach Metall. Dort kann ich nur empfehlen, Küchenmesser und so etwas zu kaufen. Für Foodprep keine, überhaupt gar keine Einschränkung an der Stelle, er schmeckt nicht nach Stahl. Das waren meine Klappmesser. Jetzt würde ich ganz kurz umrüsten auf das Thema Fix, dann handeln wir es nochmal kurz ab. Bis gleich, ja, zurück im Bild. Darüber gibt es ein ganzes Video, da sage ich jetzt gar nichts mehr zu. SEI Sula, deswegen kommt das mal beiseite. Aber wer das Video kennt, der weiß, warum das heute hiermit liegt. Dann haben wir noch einen Cold Steel Spike, das hat er erst letztens in der Kamera, mit langer Zeit mal wieder rausgeholt. Schneidet nicht wirklich gut, hat eben durch die 3 mm Klingendicke und eine Höhe, die nicht sehr hoch ist und dann noch so ein Saber Grind hier drauf. Schneidet das wirklich ganz schlecht. Ein Zuschauer hat mir letztens geschrieben, ich soll hier ein Scandi draufklopfen, vielleicht mache ich das. Oder auch eher nicht, weil eigentlich ist es in Rente. Das hat nur noch einen emotionalen Wert bei mir, das Messer. Das war eins der ersten Messer, die ich mir für den Bereich Auto gekauft habe, die auch wirklich tauglich sind. Tauglich in dem Sinne, weil sie eben einen durchgehenden Erl haben, weil sie eine Klingenstärke von 3 mm aufweisen, also eine gewisse Stabilität mitbringen. Wenn man hier das Thema Batoning im Griff hat, ich habe damit auch auf tote Baumstümpfe mal geschmissen eine Zeit lang, also Messer werfen, hat auch im Mord Spaß gemacht. Das Ding, das kann man mit dem Messer locker machen, das steckt das alles weg. Ja, macht ziemlich viel Spaß. Man sieht, es hat auch ordentlich gearbeitet bei mir. Viele Kratzer drauf, also das hat wirklich eine Zeit lang mir gute Dienste erwiesen. Von da ab, ja, eigentlich eher so ein Messer, was ich sage. Schicke ich in Rente, modifiziere ich nicht mehr groß da rum. Ja, hat auch einen anderen Verwendungszweck. Ich habe das eher für den Bereich Auto, Buschkraft missbraucht und es wäre eigentlich eher ein Messer gewesen für den Bereich Selbstverteidigung oder so etwas vom Kohlziel angedacht. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand es immer gut, weil sich hier auch der Finger so schön reinlegt. Man hat einen vollen Vierfingergriff drauf. Das Ding, das stört ohne Ende beim Arbeiten, ja, weil man weiß nicht, wie man vernünftig fassen soll hier. Das müsste man wegnehmen, wenn man ein gutes Messer haben möchte, ja. Und dann habe ich hier noch, das war auch ein Giveaway-Gewinn damals vom Outdoor-Buddy, genau. Da habe ich das mal gewonnen. Und zwar, das ist ein Mr. Blake Grizzly, hatte ich auch erst vor kurzem in meinem Video drin, wo es um das Thema Beimesser ging. Das ist kein Beimesser für mich, das ist ein Hauptmesser, was ich mithabe. Das hat sehr, sehr viele Schwächen. Die größte Schwäche sind die 1 mm Schneidkante hier oder Material hinter der Schneidkante, so muss ich sagen. Das Ding schneidet einfach nicht. Also, da braucht man sich nichts vormachen. Alles, was man damit macht, ist mit viel Kraft und Aufwand verbunden und damit wird es auch wieder gefährlich. Mache ich dann nicht so gerne. Aber es ist ein Spalter von den Herren, wirklich. Eine ganz, ganz gute Klingenstärke hier an der Stelle. Die ist doch schon so Richtung 4 mm. Dann durch den Saver-Grind hier spaltet es an der Stelle, geht relativ gut ins Holz. Durch das Material hinter der Schneidphase ist es auch stabil und nahezu den Ausbrüchen gefeit. Ich haue euch mal in den erst angepinnten Kommentar ein Video, wo ich genau dieses Messer hier testen lassen habe. Auf, ja, wirklich ein Hardcore-Test war das damals noch vom Metal Solid Knives. Als es den Kanal nachgab, habe ich ihm das geschickt und er hat das hier durch Autobleche und Glasscheiben gejagt. Also genau das Messer. Und das ist heute noch bei mir im Einsatz, weil es eben so tauglich ist. Wir haben hier eine Griffumflickung, die musste ich machen, weil dieses G10, was hier hinten noch rausguckt, das ist einfach zu glatt. Da sind kaum Strukturen drauf. Das taugt vorne und hinten nichts. Da rutscht man ab, wenn man damit hackt. Also beim Baton geht es, aber beim Hacken ist das einfach unangenehm. Genauso wie die Hände so ein bisschen schwitziger werden im Sommer oder so. Das wird einfach nur glatt, echt eigenartig. Gerade bei G10 habe ich sonst immer den Eindruck, desto feuchter das Material wird, desto mehr Grip kommt drauf. Das war hier komplett anders. Zudem hat es noch eine, von der Balance her, ist es eher grifflastig hier. Wo haben wir den Punkt hier? So ungefähr hier, wo jetzt der Zeigefinger ist. Und der seht ihr schon, ja, zum Hacken, oh Mann, was hat man denn an dem Messer falsch gemacht? Ja, vieles ist da falsch gelaufen. Vieles wirklich. Man kann es aber zum Hacken verwenden, wenn man eben ein Lanyard mit dazu nimmt, ja, und sich das dann umbindet, ja, und dann hinten, so weit wie es geht, nach hinten geht mit dem Messer. Ja, dann ist man in der Lage, doch schon gute Hackarbeiten zu machen. Jetzt keine Baumstämme, dafür habe ich meine Säge mit, aber wenn ich mal was anspitzen möchte, nehme ich auch durchaus das Messer mit der Hackbewegung, weil es doch ganz gut läuft, ja. Ja, warum das Messer? Da gibt es doch bessere auf dem Markt und du hast auch viel bessere. Die hast du schon mal vor der Kamera gezeigt. Ja, habe ich. Das stimmt, es gibt bessere. Nichtsdestotrotz, das ist eine emotionale Geschichte aus zwei Gründen. Einmal wieder Giveaway gewinnen vom Outdoor-Buddy. So was ist immer nett. Das ist ja auch kein minderwertiges Messer, das kostet ja auch über 100 Euro, so was dann rauszuhauen. Von da ab finde ich das toll, wenn man das dann auch behält und benutzt, so wie ich das mache. Also er war wohl mit dem Messer auch nicht so zufrieden in seinen Reviews dazu. Von da ab ist es bei mir einen neuen Platz gefunden, wo es auch wirklich arbeiten kann. Und das Zweite ist eben dieses Thema mit dem Hardcore-Test, dem das Messer unterzogen wurde. Was natürlich auch wirklich eine emotionale Bindung dann hat, wenn es so ein Video auf YouTube gibt, wo genau dieses Messer hier so massakriert wird. Und es hat überlebt. Es hatte nur ein paar Ausbrüche, die habe ich wieder rausgeschliffen. Daher hat das hier auch einen emotionalen Wert. Habe dazu auch mal eine Kydex gebaut. Habe dazu auch das Video mal gemacht mit der Kydex. Durch die Griffentwicklung müsste ich die Kydex nochmal nachbauen oder nachformen, weil sie passt nicht mehr, weil der Griff ist jetzt dicker geworden durch die Entwicklung. Deswegen benutze ich erstmal die alte Scheide hier wieder. Aber naja, geht ja auch für den Zweck, dass es eben im Rucksack ist und wenn ich es brauche, hole ich es raus. Passt es ja auch. Also, das waren so meine Fix und meine Folie zu dem Thema. Es ist jetzt ein langes Video geworden, aber das ist üblich bei den Labervideos. Ja, also hat mir einen Riesensprass gemacht, mal diese Messer ins Bild zu reiten, die nicht perfekt sind, aber trotzdem einen Platz haben. Und häufig haben sie den Platz nicht nur aus emotionalen Dingen, sondern weil irgendwas ganz toll an den Messern ist, wie zum Beispiel Haptik, Griffmaterial oder auch Klingenmaterial, wo ich sage, das passt einfach richtig gut und ich möchte es nicht missen und kann über die Fehler hinwegsehen. Ja, eines der größten fehlerbehafteten Messer ist für mich das Opinel mit der Carbon-Klinge. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, verwende ich es gerne, weil es eben auch so leicht ist und so gut in der Hand liegt. Einfach unglaublich. Das schafft man eben nur mit dem Vollholzgriff, der aber wiederum dann eben wieder seine Probleme mit sich bringt. Dankeschön für die Geduld, über 20 Minuten hier sich dieses Video anzugucken. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ja, danke fürs Reinschauen. Tschüss.